Hast du in letzter Zeit auch das Gefühl, dass dein LinkedIn-Content nicht mehr die Reichweite bekommt, die er sonst bekommen hat? Wenn das der Fall ist, solltest du diese Folge unbedingt bis zum Ende anschauen, denn tatsächlich ist es wieder die Saison, dass der LinkedIn-Algorithmus angepasst wird. Und in dieser Folge werde ich dir verraten, was da auf uns zukommt und ich werde dir zeigen, wie du deine Reichweite nicht nur wieder nach oben bekommst, sondern vor allem, was du jetzt unbedingt umsetzen musst, damit du auf das nächste Update so gut wie möglich vorbereitet bist. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Bevor wir heute starten, nicht wundern über meine neue schicke Frisur. Ich hatte Lust auf eine kleine Sommerfrisur und das ist dabei rausgekommen. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich für den ganzen Support in den letzten Wochen und Monaten bedanken. Wir sind wirklich auf dem besten Weg zu 5000 YouTube-Abonnenten, was mich extrem freut. Wenn du den Kanal also noch nicht abonniert hast, gerne abonnieren und natürlich gerne dem Video ein Like dalassen, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Was bedeutet das kommende LinkedIn-Algorithmus-Update jetzt konkret für uns? Und dazu schaue ich immer ganz gerne bei Richard Vanderblom vorbei, denn der ist tatsächlich so der Go-To-Guide auf der internationalen Ebene, wenn es um das Thema LinkedIn geht und vor allem auch LinkedIn-Algorithmus-Update. Und der hat einen richtig coolen Post dazu gemacht und erstmal erklärt, wo überhaupt diese Panik ein Stück weit herkommt und auch diese neuen Informationen herkommen. Und zwar wurde der Vice-Präsident Daniel Roth wahrscheinlich, der Vice-Präsident von LinkedIn, interviewt für einen Podcast von entrepreneur.com. Und dort hat er schon so einen gewissen Ausblick gegeben, was LinkedIn in den nächsten Wochen und Monaten ändern wird am Algorithmus. Und Richard hat die coole Übung gemacht, das Ganze wirklich auf die wichtigsten Punkte mal runterzubrechen. Und dort springen wir jetzt rein und zwar Punkt Nummer 1 ist, dass viraler Content nicht mehr zelebriert wird auf der Plattform. Was das genau heißt, hat er aus meiner Sicht unten ganz gut zusammengefasst und zwar Off-Topic-Selfies sollen auf der Plattform nicht mehr viral gehen. War tatsächlich etwas, dieses Problem hatten wir nie. Ja, wir nutzen persönliche Bilder, aber immer mit Storys, die Business-Bezug haben. Also das bedeutet, Off-Topic berührt uns nicht. Auch wenn wir Social-Content machen, sind wir davon nicht betroffen. TikTok-Videos zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass viele Leute einfach ihr Rest in TikTok-Videos nehmen oder sogar kopieren von anderen Plattformen. Und dass das einfach nicht mehr viral gehen soll. Das bedeutet, an dieser Stelle brauchen wir uns keine Sorgen machen, denn tatsächlich glaube ich fester dran, dass weiterhin Persönlichkeit funktionieren wird. Wenn es natürlich nicht Off-Topic ist, sondern wirklich relevant ist, immer einen Business-Bezug hat und das stellen wir natürlich bei Social-Content her. Part Nummer 2 ist sehr, sehr spannend aus meiner Sicht, dass halt wirklich Knowledge and Advice, also wirklich Wissen und Tipps und Tricks sozusagen, mehr am Ende Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen soll. Und hier braucht sich natürlich keiner verrückt machen, weil das bedeutet am Ende, wenn du guten fachlichen Content, also Expert-Content veröffentlichst für deine Zielgruppe, profitierst du jetzt nur davon. Und ich glaube, fast jeder ist auch auf die Plattform gekommen, um sozusagen fachliche Inhalte zu veröffentlichen. Das bedeutet, wenn du einen guten Job bisher gemacht hast und das weiter tust, wirst du auch von dem Algorithmus eher sozusagen belohnt werden, als abgestraft werden. Das bedeutet, das ist etwas, worauf man sich freuen kann, was da kommt. Was am Ende noch gesagt wird, dass Follower, das bedeutet, wenn man den Creator-Mode irgendwann einschaltet, priorisiert werden über sozusagen Kontaktanfragen oder Verknüpfungen. Und das ist natürlich ein Grund, weil die Follower sich natürlich proaktiv entschieden haben, dir zu folgen. Und wenn du Kontakte hinzugefügt hast, ist das natürlich etwas, was du proaktiv gemacht hast. Aber auch da würde ich erstmal abwarten. Ich würde mich darauf konzentrieren, gute fachliche Posts zu veröffentlichen. Damit fährst du sehr gut. Punkt Nummer 3. Extrem spannend. Und da habe ich auch ein paar Sachen mitgebracht, die ich dir gleich zeigen will. Dass es anscheinend ein Problem damit gab, dass Leute einfach sowas geschrieben haben wie Great Post oder Thanks for Sharing. Also so super knackige Kommentare, die niemandem was bringen. Was man haben will, ist natürlich möglichst lange Kommentare und vor allem meaningful Comments. Und dass auch Kommentare sich extrem auf die Reichweite auswirken. Und da werde ich auch gleich nochmal eine Quelle zeigen, weil das sehr spannend ist, wie wichtig es ist, Kommentare es zu fördern. Und du siehst es hier mal bei einem meiner letzten Posts. 133 Kommentare und du siehst, wie weit der geflogen ist. Also das bedeutet, es gibt wirklich eine direkte Korrelation, wie viele Kommentare du auf dein Content bekommst und der Reichweite. Und in unserer Community hat Christian eine coole Infografik zusammengepackt. Und hier gibt es so eine coole Metric, wo er sagt, ein Like bringt ein Extra View, ein Share bringt sieben Extra View und ein Kommentar bringt zwölf Extra Views. Das bedeutet, einen guten Call to Action am Ende zu bauen, ist wichtiger denn je. Und hier habe ich zum Beispiel gefragt, hast du schon mal negative Reaktionen auf einen Pitch bekommen? Und da können die Leute natürlich simpel sagen, ja oder nein. Und das ist auch eigentlich der einfachste Tipp, den ich dir geben kann. Versuch Fragen am Ende zu stellen, die die Leute wirklich mit ja oder nein beantworten können. Häufig sind die Call to Actions, die ich da lese, viel zu kompliziert. Das versteht kein Mensch. Und ich zeige dir mal ein schlechtes Beispiel von mir. Hier zum Beispiel habe ich nur sieben Kommentare. Und dann weiß ich, ich habe den Call to Action, also die Frage, habe ich nicht gut hinbekommen. Und hier habe ich die Frage gestellt, hast du schon mal über einen eigenen Funnel nachgedacht? Und das ist auch eine Ja und Nein Frage, aber wahrscheinlich für die Leute zu kompliziert. Oder sie haben vielleicht noch nie über einen Funnel nachgedacht. Jedenfalls zeigt es sich, wenn ich keine gute Frage stelle, kommt kaum Interaktion. Und hier zum Beispiel beim neuesten Beispiel, habe ich es wieder ganz gut hinbekommen. Habe 37 Kommentare bekommen und das ist auch relativ weit gewandert. Also du entscheidest am Ende mit deinem Call to Action, mit deiner Frage. Und das ist auch der Grund, warum ich wirklich 30% der Zeit in die Headline stecken würde. 30% in den Text und unbedingt 30% in den Call to Action, in die Frage unten. Weil das wird jetzt wichtiger denn je, dass du da Meaningful Comments rausgelockt bekommst. Dann am Ende ganz spannend, dass sozusagen es eine Growth Strategie gab, die ich auch immer wieder gehört habe, aber nie selbst umgesetzt habe. Dass man sich einfach blind auf Trendthemen setzt. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas verabschiedet wird im Bundestag, in Deutschland. Dass man dazu Posts macht und sich darüber aufregt, dass das jetzt gerade verabschiedet wurde. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber da gibt es Leute, die das gemacht haben, sich einfach so auf allgemeine Trends in Deutschland in den Medien gesetzt haben. Und dadurch natürlich extreme Aufmerksamkeit bekommen haben, es aber überhaupt nichts mit ihrem Thema zu tun hat. Und was jetzt LinkedIn macht und das ist glaube ich das Beste, was passieren kann und du dir da keine Sorgen machen brauchst, weil du da drauf vorbereitet bist, ist, einfach abzugleichen, ist das worüber er oder sie im Content redet, genau das gleiche, was wir auf dem Profil finden und einfach diesen Check macht. Und wenn das aber nicht matcht, wird dein Content einfach nicht weiter ausgespielt, weil es sozusagen dieses Hijacking ist, also dass du auf Trends einfach drauf springst, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich nur LinkedIn gerade mit diesem Update Sachen glatt zieht und das war es eigentlich. Und das macht aus meiner Sicht vollkommen Sinn. Und hier sozusagen ist, ich weiß nicht, wie man das interpretieren soll, am Ende sagt es, bring deine eigene Sprache oder deine eigene Meinung und deinen Ton sozusagen in die Posts rein. Kann bedeuten, dass vielleicht in der Vergangenheit viel irgendwie kopiert wurde auch an Posts, die man gesehen hat oder sehr ähnliche Sachen sozusagen gebracht wird. Ich glaube, dass wenn du eigenen Content schon immer sozusagen gemacht hast, brauchst du dir relativ wenig Sorgen machen. Wenn ich mir die Slideshow insgesamt angucke, habe ich das Gefühl, dass sie einfach mehr sozusagen runtergehen auf das Thema Expert-Content. Wenn man hier nochmal auf diese Infografik schaut, sind am Ende da keine aufregenden neuen Sachen dabei. Was ich dir nur sagen kann, ist deutlich schneller auf Kommentare auch zu reagieren. Ich habe wirklich die Beobachtung gemacht, umso schneller man auf die Kommentare reagiert, umso mehr sozusagen Views bekommt man. Und würde da wirklich empfehlen, innerhalb von zwei Stunden bestenfalls darauf zu reagieren. Zusammengefasst fühlt sich dieses LinkedIn-Algorithmus-Update sehr danach an, dass LinkedIn einfach aufräumt und wirklich Leute für gute fachliche Inhalte wieder belohnt. Und ich glaube wirklich, dass sie Sachen loswerden wollen, wie die Off-Topic-Selfies, also die wirklich auch nichts mit gutem Content zu tun haben. TikTok-Videos loswerden wollen und auch schlechte Kommentare loswerden wollen. Also ich habe das Gefühl, dass sie wirklich sagen, gute fachliche Inhalte mit guten Kommentaren, das ist das, was wir mehr auf der Plattform sozusagen sehen wollen. Und das bedeutet, wenn du auch in der letzten Zeit unsere Content-Strategie erfolgreich umgesetzt hast, dürfte dieses Update eigentlich nur sich positiv auf deinen Content sozusagen auswirken und auf deine Reichweite. Ein zusätzlicher Effekt, den wir natürlich jetzt gerade im Sommer haben, ist, dass einfach mehr, weniger Leute auf der Plattform aktiv sind. Und das bedeutet natürlich auch weniger Interaktion und das bedeutet am Ende auch weniger Reichweite. Das bedeutet, diese Effekte darf man auch nicht vernachlässigen. Auch das kann am Ende dazu führen, dass du am Ende weniger Reichweite bekommst. Wenn du Lust hast, wirklich mal das Thema professionell Content anzugehen und wirklich Reichweite darüber aufzubauen und vielleicht auch mal deinen ersten Post mit 10.000 und mehr Ansichten zu schreiben, dann schau dir mal unbedingt unseren Social Selling Accelerator an, unser kleiner LinkedIn-Kurs. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu wenig in der letzten Zeit darüber geredet und wir haben eine richtig coole Sommeraktion. Und das bedeutet, wenn du den Kurs noch nicht hast, ist es wirklich den Kurs, den du dir sichern willst. Und bestenfalls im Sommer wirklich durcharbeitest, weil da alles drin ist, wie wir auf über 20.000 Follower auf LinkedIn gewachsen sind und wie wir es wirklich schaffen, über 2 Millionen Impressionen pro Jahr über unseren Content zu generieren in unserer Zielgruppe. Und das lernst du alles. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Tja, 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 tja! Tja, 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 tja. Vielen Dank.